Hallo, schön, dass Sie sich über moderne Innendämmsysteme informieren möchten. Sie werden sehen, mit den innovativen Produkten von Caparol haben Sie den Vorteil auf Ihrer Seite. Was kann eine gute Innendämmung leisten? Sie hält natürlich den Raum warm und spart Heizkosten. Außerdem sorgt sie für ein angenehmes Klima und einen ausgeglichenen Feuchtehaushalt in der Wand, damit Schimmel keine Chance bekommt. Und idealerweise ist sie so gut wie unsichtbar. Aber ist das überhaupt möglich? Hier kommen unsere Produkte ins Spiel. Innovation Nummer 1. Das Kernstück unseres Innendämmsystems. Die IDS-Aktiv-Dämmplatte. Besonders schlank, weil besonders effektiv. Hier wurde der bewährte Dämmstoff EPS mit kapillarleitfähigen Lamellen durchzogen. Angekoppelt an die rückseitige Funktionsschicht wirkt das regulierend. Anfallende Feuchtigkeit wird in Richtung Innenoberfläche transportiert und kann dabei verdunsten. Für Wohlfühlklima rundum. Der Einbau ist einfach. Die Platte wird vollflächig an der Wand verklebt. Mit diffusionsoffenem IDS-Meistermörtel, der den Feuchteaustausch zusätzlich unterstützt. Eine mineralische Schlussbeschichtung macht die Sache dann perfekt. Um Wärmebrücken zu minimieren und damit Schimmelbildung zu vermeiden, wird ein Teil der einbindenden Innenwand und der Betondecke mitgedämmt. Das geschieht normalerweise mit einem Dämmkeil. Deutlich attraktiver als der Dämmkeil ist unsere Innovation Nummer 2. Der IDS-Thermowinkel. Das einzigartige daran, volle Leistung, komplett unsichtbar. Er besteht aus einem gelochten Aluminiumwinkel mit Dämmstoffstreifen und angeklebtem Armierungsgewebe. In die Altputzebene integriert, nimmt das Aluminium die Wärme der gedämmten Oberfläche auf und verteilt sie gleichmäßig. So ist die Ecke nicht mehr kälteste Stelle und die Schimmelgefahr ist gebannt. Der Aufwand für den Einbau ist minimal. Den Altputz auf entsprechender Breite entfernen, Dicke der Dämmung plus 12 cm. Nach der Montage der Innendämmung den IDS-Thermowinkel im Mauerschlitz verkleben und das Gewebe in die Armierungslage einarbeiten. Dann die Schlussbeschichtung auftragen und schon ist der Ecke nichts mehr anzusehen. Alle Produkte des Kapatekt Innendämmsystems sind optimal aufeinander abgestimmt und untereinander kombinierbar. Das sorgt für hohe Anwendungssicherheit und hervorragende Dämmergebnisse, wie auch unser Wärmebrückenkatalog für den Thermowinkel zeigt. Mehr Wohlfühlklima? Keine optischen Kompromisse. Nutzen Sie die beiden Kaparol-Innovationen zu Ihrem Vorteil. Kapatekt Innendämmsysteme von Kaparol. Einfach. Effektiv. Elefantenschlau. Kapatakt Innendämmsysteme von Kapatekt Faith sal定 weltweit abgestimmt und hervorragende Dںendämmsysteme von KapatektTC- Kapatektinyon.BE Lefonzämmsysteme von Kapatekt съент 700-35-2013m-invest preguntas. justrund Aerpunkt 26》-8013m-